und herzlich willkommen zurück zur nächsten aufnahme de lauren tag ja wir finden wir sind jetzt letztens in das lagerhaus noch gekommen aber schau mal hier ich habe eine magnesiumfelle in der hand hier sieht man es ein bisschen gegen ort lichter leuchten wir haben noch minimal strom anscheinend dritten mal schon mal voll so also haben wir noch ein paar liter das ist noch ein bisschen nacht auf jeden fall so hoffen ich werde das ok das hat noch funktioniert das hat funktioniert ok niederländische militar ist unser zustand 67 prozent wir haben aktuell keine leiden und wir haben noch andere klamotten die thermos klamotten glaube ich keine neue reprisse haben wir noch so abgelutzten lederstipel gefunden die anderen sind unsere standard was war es haben wir da keine neue hier müssen neues er brauchte rennfahrhandschuhe also die steigen das hätte ich nicht gedacht dass die teile länge wärmer halten so plus zwei minus plus vier die waren plus fünf wir bräuchten ja kommt das vielleicht dann eher wenn wir sozusagen das wind braun natürlich haben wir noch keine andere ok wir sind aktuell ziemlich belastet so alles mal bitte nachdem ich das sind so schwerste die steine wir haben bisschen rohöl diese schuhe würden eh nicht brauchen und reparieren wollen wir sie nicht und auch das leder würde uns das hier geben dann bis es hell wird und wir auf den weg machen wir haben die häuser erkundet soweit eigentlich ich stelle jetzt mal die hose hier nein die tragen wir dort nur das hier soll dann das hier wohl halt zum stau dann moldieren wahrscheinlich immer hätte die wer hätte 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 gerne für hätte hätte mich ja immer eigentlich so naja was da aber was haben die denn hier noch was jetzt alle in trend an sich haben wir glaube ich schon wieder den ist wie die wollen mich da drinnen ja könnte es nicht, das muss eine andere hört wohl äh hallo button hallo button hallo button das hier ist aber dieselbe oder 5 3 ja das ist aber dieselbe aber die hier die erzählen wir auch die platzstoff das wir halt wohl dann zum da oder modieren modieren weil diese map hier eigentlich soweit äh dann wird alles hier erforscht das hat er ins haupthaus noch was wir zurücklegen weil wir haben halt keine wehr diese müssen das blöde wir haben keine wehr äh ich mach mal kurz was so ihr hört vielleicht gerade den spiel sound mir reicht's so wo ist teamspeed der sound aus so schiebe ich mich mal hier daneben dass ich zum beenden der aufnahmen und ich würde jetzt den sound wieder anzuschalten ich habe jetzt die teamspeed sound ausgeschaltet mir reicht's bleib auf dem der ist oder ich nehme mich noch nicht runter so die hier machen wir jetzt auch nochmal dann würde ich sagen wir machen das und dann räumen wir halt jetzt erstmal um jetzt habe ich ein monitor so wir sehen ja nicht sehr viele halt aber genügend irgendwo rundherstunden nein die Magnesiumvackel mache ich jetzt nicht an hier haben wir noch einen Stuhl den wir noch noch zerlegen könnten ab und so hier haben wir schonmal Holz das das haben wir dann Holz dabei wir haben die hier dabei die behalten wir auch das behalten wir alles am besten hier das sind die ganzen Klamotten die wir haben ok dann die ich dann auch da zähnt so zerlehnt er ja glaub ich so das sind die Klamotten die wir da hinten haben zähnt haben die hier sind eh schlechter als die wir haben also so zerlehnt wir die hier schonmal ja 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 wir werden hier eine Kappe zerlegen heute nicht viel hier müssen die Stimmigte loswerden wir sind immer noch wir sind zu viel belastet aha Neeset Neeset ich glaube wir brauchen keine 3 Neesets so Werkzeug das ist Material das nehmen wir alles mit Strapmittel ist ich meine Metallschratt wenig da geschlossen aus Strapmittel wir wollen wir nehmen da ein Neeset mit Einfahrer Pfeil nehmen wir den mit wir lassen den Dosenöffner hier das Yardmesser dieses Lampenöl nehmen wir mit die Pohle nehmen wir mit die Steine nehmen wir mit die Steine nehmen wir mit Weißstein Klettersäule nehmen wir auch mit Gewehrbauset Gewehrbauset Nehmen wir auch mit ich hatte mich noch nie wissen die Gewehrbauset mal nochmal angekuckt wo ist denn das Gewehrbauset ach da da ah ne eine Blätter set mit Wertzäule zu eines Gewehrbaus Stellen Haltung ach schluck mal Instandhaltung Instandhaltung ja Instandhaltung ok ja lacht mich das würde jetzt hier 2 10 23 aha was bringt da nichts ich hab erstmal halt wo ich einen anderen Spielschutz mal hier diese ausländen diese Kräuter ausländen aber es bringt vielleicht mehr aber nein wenn ich doch nicht ok was wie denn jetzt auf jeden wegen uns Klamotten hier so viele die wir haben ich glaub den Rest zerhau ich jetzt einfach mal oder ja den Rest ausländen mal wir sehen wir noch ziemlich dunkel also sehen wir nicht so viel jetzt haue ich mal die brauchbaren Thämo Stiefel wäre sehr schlau aber wir zauern die eine Stunde zweimal dann siehts dann das zweimal so was haben wir denn hier noch denn die hand ist dran das hier dran ja nicht und das da auch nicht zerlehnen wir die zwei Sachen und dann wenn die eigentlich schon dabei sind und ich glaube langsam könnten wir losgehen werden oder den zum staudern ich glaube schon wir den zum staudern wenn ich Sachen auseinander habe und das dann noch und dann den zum staudern zerlegen wir mal dort sind wenn es nicht stürmt und wir drehen davon aus essen so und aha es ist hell wie hell es ist so trink nochmal was ok jetzt haben wir nichts mehr für trinken essen haben wir noch ein schottelriedel rein so ok das so lassen erstmal pack die weg pack die weg ist immer noch ein combat das fällt mir da nicht verbannt hab ich ja noch gelesen jetzt hier was das rad könnten wir auseinander nehmen wusste ich auch nicht oh oh da ist doch was bäh schnell auf ok das schwerste bitte 24 steine ich brauche glaube ich nicht 24 steine ich brauche mit einem antwort alle mal umlegen und jetzt mit einem antwort wir wollen höchstens immer immer mal acht mit so jetzt sind wir immer noch nicht oder sehr weit weg davon so das da lege ich jetzt mal nehme ich jetzt hier rein gehe hier rein und so hier also das ist jetzt das Materialus hier wir gehen alle mal um verband nehmen wir nicht nehmen wir das mal hier lassen wir mit natürlich grenfedern hagelbutten metallschrott nehmen wir mit das ne wird halt schon lassen auch hier verband und stock nehmen wir mit so wie sieht es jetzt aus schon ein bisschen weniger wenn wir dann doch gerade so sind mit so legen wir uns hier mal auch alle solche einzelne Werkzeuge rein die werden entstanden auch hier rein die gewehrharmonie legen wir auch rein wir haben keine Öllappe dabei nein wir haben keine Öllappe dann warum warum sollen wir dann hier Lampenmüll mitnehmen Lampenmüll dann hierbleiben einfach pfeilen nehmen mit weil wir brauchen den dafür holzkohle würden ja auch nicht glaube ich nicht 17 stück brauchen das da kann hier nicht mehr rein und das würde ich dann einfach mal hier wieder rein nehmen so da rein dieses so kommt da rein zonderplatz nehmen wir alle mit und immer nicht nicht sehr viel mehr platz so wie ich schlinge so so ich sage mal ich behalte 3 nehm ich mit jetzt haben wir 22 47 14 platz eine der was sieht jetzt nur so viel hier die schlinge mit 5 schlinge das ein dieses stück hier soll ich das das nimm vielleicht auch hier aber tschu mal das tut nicht später jetzt haben wir an sich hier 8 Kilo sozusagen fast sind fast eher gesagt 7 äh 8 sind es auch nicht so wirklich ja wenn ich du ist doch typisch ist doch typisch hier so gehen wir nochmal in die Hütte rein halt wenn so ein leichter sturm hier ist und machen uns mal die kamin an und es ist kalt so machen wir mal total feuer ok man kann es abbrechen wollte mal mal testen weil ich glaube hierfür da werden wir dort im altholz und hol uns und mehr mit denen wir hier das rad auseinander nehmen und dort noch mal 3 ok auch schon so das nehmen wir auseinander 28% verdienstteil noch so mit satt haben wir dann sind hier wieder weg so ich habe auch kein Sturmattell mehr so so feuer machen so 35% und los feuer die an die an ja schon satt der krater das hier aber wir werden es jetzt gleich sehen ob es angeht ja also wer ist ist so so ja ich weiß jetzt ja mit ran nicht so viel zu tun ich meine wir können nicht wir wollen ich meine weil ich belohnte jetzt ja nichts weiter den pfeil der konnte hier einwillig verdurstet und ich wollte trinken mitnehmen ja ich habe noch dieses andere trinken dabei ich weiß aber das will ich mir spät auf ihm dass wir noch mehr haben weil das wird uns eher nicht komplett auffüllen ist halt die sache schon wieder wieder wie lange dauert das bitte dass es funktioniert hallo 35% ok ist es nicht mal die hälfte nicht mal 5050 und ja vier versuchen hintereinander kann doch denn die wahrheit ist nicht hier ja normal mach das feuer an endlich stehen hier noch die streichels aus ja hier ist windstille glaube ich zumindest ich glaube nicht dass ich heute nur rein zieht weil sonst müsste uns ja hier fälter werden ja das funktioniert nicht jetzt jetzt ich nehme noch elf streichhölzer mal gucken ob wir in dieser folge noch irgendwas anderes machen außer Kamin anzünden oder Ofen keine ahnung lassen wir einfach so lassen wir einfach so ein Raum stehen ich meine also ich meine wir mal gucken was das jetzt hier wünscht das ist das ist ist das das so ich glaube du fühlst wenn ich jetzt erstmal wir haben den wir sind schon zum ausgerollern zur Ederhütte das sind dem den den der der den und den den Ich glaube, es gibt auch selber diesen Damm-Dienste hier, diese Anlage, Generatoranlade, Wasserdamm-Anlage da hat, glaube ich, ich sehe auch jemanden für eine Stromsache, glaube ich, auch zuständig. Hier, das will auch der Strom-Glock-Glock, aber das ist die Sache, dass wir sozusagen, wenn wir da jetzt nicht mehr so etwas finden, dass wir halt in die nächsten Map drüber gehen. Für diese Map weiß ich, ich meine, ich weiß noch, wie es von dieser Map aus nach da geht, aber ich meine, um noch weiter zu gehen, das wüsste ich jetzt gerade nicht, wie man jetzt sozusagen halt weiter geht. Halt noch weiter weg, ich meine, ich kenne die nächste Map, wie man zur nächsten Map kommt, aber weiter wüsste ich gerade nicht. Von der, von innen... Hafen bin ich noch nicht aus, da hinten dann, und habe jetzt sowas gemacht. So, sagen wir mal Hälfte. Das Wasser, wie toll, geht ja, insgesamt runter dabei immer. So. Spelchen noch mal einen halben Liter Essens-Technisch, hau ich jetzt nichts auf den Drill. Das geht noch. Die Sachen haben ein bisschen mehr drauf. So. Okay, dann haben wir, glaube ich, so zwei Liter mit. Und dringend. Ja, huu, da töte ich noch was anderes drin, diese Folge. Ja, die Termine lassen jetzt anlaufen, wie sieht er, aber hier trinken wir doch davor was, vorm Termin. So. Und essen jetzt nur was, einmal den. So ist er den. So. Okay. Hallo. Oh. Darum läuft der Truck ja nicht. Ich drücke nicht die W-Taste, sondern die E-Taste. Das wird ja schlimmer als besser. Bei der letzten Nacht sind wir ja da lang gelaufen schon. Ehh, missed it. Ehh, we're going to take a look at this. Yeah, I'm going to take a few hours from here. Oh, I'm going to go here. Wie lang? Hä? Hart am See? Hier will ich doch nicht lang laufen Muss ich mal halt sagen Wo geht es denn hier hin? Gibt es hier vielleicht noch einen Ort wo es ein Gewehr gibt? Also die Gewehr könnten wir wünschen nicht so lange Ich meine ja auch wenn ja über alle Maps gehen Habe da auch schon in Zeiten überliebt Die nutzen ja die ganzen Rohstoffe aus die wir ja auch umliegen haben oder die Rehe die ja die Wölfe oder erreißen Weil es war ja manchmal so das ich meine das Rollfleiche ja nicht so gut war anscheinend Wer das mal ziemlich oft liebens überliebt Aber was wir da hinten entdecken würden Sehen wir in der nächsten Folge Na dann Susi, tschau Hallo So Ich hatte dir satt Susi Tschüss Ahem Okay was ist denn hier los bitte? Ich drücke doch meine Tasten Steuern 3 sollte die Aufnahme stoppen Hier Steuern 3 Ich drücke das Ich drücke das